Hallo liebe Rasenfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute möchte ich euch mal ein bisschen was über das Streuen, das Streuen von Dünger erzählen. Also wie verteilt man seinen Dünger richtig auf der Rasenfläche? Ich werde euch sagen, was ein guter Dünger ist zum Streuen. Und ich werde euch sagen, wie man die richtige Streumenge ermittelt und wie man eben den Dünger möglichst richtig verteilt. Das gibt es heute im Video. Viel Spaß damit! Ich möchte euch heute diese drei Streuwagen oder Streugeräte vorstellen, die ich selber habe. Die ich mir tatsächlich auch selber gekauft habe. Muss man jetzt schon echt sagen. Ja, einmal hier so ein kleiner Wolf-Handstreuer. Das ist ein richtig, richtig cooles Teil. Richtig cooles Teil, um es mal gleich vorweg zu nehmen. Dann den Wolf-Kastenstreuer, kennt jeder. So ein klassischer Kastenstreuer. Innen drin, sondern mit so einer kleinen Walze, die angetrieben wird. So eine gestachelte Walze, um den Dünger in die Schlitze reinzuhaken. Das sind die Schlitze. Und dann haben wir noch einen großen Schleuderstreuer, der unten so einen Teller hat, mit dem der Dünger verteilt wird. So, das ist hier der Wolf-Handschleuderstreuer. So ein ähnliches Gerät gibt es auch von der Firma Einhell. Allerdings dann mit einem Akku. Also wenn ihr das Einhell-Akkusystem habt, das leider nicht kompatibel ist mit Bosch. Was ich schade finde, sonst hätte ich mir wahrscheinlich das Einhell-Akkugerät auch gekauft. Ihr könnt euch natürlich auch das Gerät kaufen, wenn ihr sowas interessant findet. Und der hat hier unten so ein ganz kleines, normales Batteriefach mit so vier, ich glaube, AA. Was ist das? AA, genau. Vier AA-Batteriezellen. Also läuft mit Batteriebetrieb. Hat hier vorne so eine kleine Schleuderscheibe. Hier oben hat er einen Rasthaken, also so einen Schieber. Hier müsst ihr nach hinten ziehen und dann könnt ihr den Griff betretigen. Und dann läuft diese kleine Schleuderscheibe. Innen drin, ich hoffe, ihr seht das, ist auch ein Schieber, der hochgezogen wird. Und die Öffnung wird bestimmt hier durch so ein kleines Drehrad. Das geht von 1 bis 5. 1 ist also die kleinste Öffnung. Das heißt, dieser Pin da oben, der kommt nur noch ein bisschen raus. Das ist 1 und 5 ist die größte Öffnung. Da kommt der Pin ganz raus. Und das bestimmt halt hier innen drin diesen Schieber, diese Schieberstellung. Dann ist hier innen drin auch noch so ein kleines Schleuderdreieck, was den Dünger auch noch mal in diese Öffnung reindrückt oder reindrücken soll. Und hier an dem Rädchen, da könnt ihr die Drehgeschwindigkeit des Tellers verstellen. Ja, das Problem, was ich immer habe, ist, ihr seht schon, das Ding ist ein bisschen dreckig. Und ich habe einmal das Teil mit Wasser sauber gemacht. Das geht gar nicht. Danach funktioniert nichts mehr. Da habe ich es auseinander geschraubt. Ihr seht, ihr seht die Schrauben, die sind schon angerostet. Und innen drin kommt auch das Wasser rein. Fängt auch an, alles zu rosten. Und dann war vorbei. Also mit Wasser sauber machen geht dieses Gerät nicht. Aber ansonsten finde ich das Teil wirklich sehr, sehr gut und kompakt. Das ist für kleine Flächen super, ein super Teil. Gut, kommen wir zum zweiten Wolfgerät. Und auch da gibt es natürlich andere Hersteller, was mich an diesem Kastenstreuer wirklich begeistert ist, dass er wirklich solide gebaut ist. Also das Ding ist wirklich robust. Das hat vernünftige, vernünftige Griff. Das hat vernünftige Metallrohre. Obwohl, hier fehlt schon ein, so ein, hier so ein Deckel drauf. Guck mal an, der ist schon weg. Toll. Hat schöne große Räder. Das finde ich sehr gut. Und ist wirklich noch bezahlbar. Es gibt ganz tolle Kastenstreuer im Profibereich aus Edelstahl. Kosten ein wahnsinniges Geld. Und das Ding hier, weiß ich nicht, hat 80 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist durchaus bezahlbar. Hier der Wolf hier, der hat, glaube ich, kostet 40 oder 50 Euro so in dem Dreh. Der Nachteil beim Kastenstreuer ist, dass er einmal eine sehr schmale Streubreite hat. Hier sind so zwei Pfeile drauf. Da sind so zwei Pfeile drauf. Die müsste man sich einfach mal weiß anmalen. Das muss ich nochmal machen. Diese Pfeile sagen tatsächlich an, wo man Überdeckung, wie weit man die Überdeckung fahren soll. Also die Streubreite ist so weit. Also die Schlitze gehen komplett über die ganze Breite. Und die Pfeile sagen tatsächlich, wie man am besten die Überdeckung fährt. Der große Vorteil beim Kastenstreuer ist, dass das Streugut eben direkt unten aus dem Kasten auf den Rasen drauf fällt und es ganz, ganz wenig Staubentwicklung nur gibt. Ein schlechter Dünger, der hat sehr viel Feinstaubanteile und der fängt schon sehr stark an zu stauben. Das macht auch so ein bisschen den Qualitätsunterschied aus. Ein hochwertiger Dünger, der sollte nicht stauben. Und ein billiger Dünger, sagen wir es mal ganz deutlich, der neigt dazu auch sehr stark zu stauben. Das ist nicht besonders gesundheitsfreundlich. Da sollte man auf jeden Fall eine Schutzmaske tragen, wenn man mit solchen Düngern dann seinen Rasen abstreut. Das ist nicht ganz ohne den Dünger einzuatmen. Das kann ich auf keinen Fall empfehlen. Ja, also das ist aber zum Kastenstreuer. Der große Nachteil ist tatsächlich die Gleichmäßigkeit. Einmal die Überdeckung hinzukriegen und zum anderen ja auch die Streumenge gut hinzukriegen. Durch grobe Körner im Dünger können die Löcher verstopfen, dann rieselt da nichts mehr raus. Das ist eine Sache, die mir leider auch schon oft passiert ist. Gut ist so ein Kastenstreuer, um sehr feines Material, also zum Beispiel Bodenaktivator oder Kalk zu streuen. Das funktioniert mit so einem Kastenstreuer ganz gut, wenn man auch nicht so darauf achten muss, ob die Streumenge und die Überdeckung wirklich passt. Dann ist ein Kastenstreuer wirklich auch eine gute Alternative, natürlich auch für kleine Flächen. Ja, kommen wir zum dritten Streugerät, dem Schleuderstreuer. Das ist hier tatsächlich ein sehr großer Schleuderstreuer, der tatsächlich auch komplett, bis leider ein paar Schrauben, komplett in Edelstahl ausgeführt ist. Das ist sehr sinnvoll, natürlich Edelstahlrohre, Edelstahlmaterial zu verwenden, weil der Dünger sehr aggressiv ist und verzinkte Teile, Stahlteile sehr schnell dazu neigen, anzurosten. Der ist also wie gesagt komplett aus Edelstahl, liegt aber jetzt auch schon bei 200, 250 Euro. Könnt ihr mal in die Beschreibung gucken, da habe ich einen Link für euch abgelegt. Das Teil ist natürlich für große Flächen gut geeignet, wenn man also hier 1000 Quadratmeter hat, die man schnell abstreuen möchte, dann ist so ein Schleuderstreuer gut. Der verzeiht auch sehr viel stärker Überdeckungsfehler. Auch da muss man natürlich darauf achten, dass man vernünftig Überdeckung fährt, also die einzelnen Bahnen sich richtig überdecken. Durch den Streukegel ist er auch von der Verteilung nicht immer sehr gleichmäßig, also je nach Streugut streut er mal links mehr als rechts. Darauf muss man natürlich auch achten, aber ansonsten ist man mit so einem Gerät unheimlich schnell fertig. Der wird eingestellt hier, der hat hier noch so ein Sieb, das finde ich sehr gut, wenn man irgendwie grobe Steine im Streugut hat. Der hat hier unten, ich hoffe, das seht ihr jetzt, so drei Öffnungen, die sich durch das Drehen hier dieses Hebels verstellen. Das ist die größte Öffnung und das ist geschlossen. Ja, lieber Ralf, kurz zusammengefasst, sehr praktischer kleiner Handschleuderstreuer, funktioniert super, lässt sich gut dosieren. Kastenstreuer, super gut geeignet für pulvriges Material. Man muss sehr aufpassen mit der Überdeckung, wenn man Dünger streut, dass man eine gleichmäßige Verteilung hinkriegt. Schleuderstreuer, aus meiner Sicht eher für große Flächen geeignet, mit dem Nachteil, dass das Streugut natürlich auch in die Randbereiche reinfliegt, auf die Wege, in die Beete, gegen das Haus. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber dann ist man natürlich am schnellsten fertig. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Streumenge und Überdeckung und das zeige ich euch jetzt gleich an ein paar praktischen Beispielen. So, guck mal, was ich wiedergefunden habe. Den Stopfen hinten von diesem Wolfrohr. Das ist ja ein Ding. No, bitte. Gut. Sehr schön. Was wir jetzt brauchen, ist tatsächlich eine Waage und ein Eimer und den Dünger. Also, was ich sehr empfehlen kann, ist so eine alte Personenwaage. Läuft. Ich habe auch noch so eine kleine Haushaltswaage mitgebracht und das Porzellan von Oma. Jetzt brauchen wir noch Handschuhe und es sollte möglichst windstill sein. Wir haben heute ausnahmsweise mal wenig Wind. Optimale Bedingungen zum Düngen. Und wir brauchen natürlich Dünger. Jetzt kommt wieder Werbung. Tada! Neromix 1238 von der Firma Grashopper. Ein mineralisch-organischer Mischdünger mit Magnesium, mit Eisen und mit Aminosäuren. Ein sehr, sehr schönes Produkt. Ein Allrounder für jede Rasenfläche geeignet. Hat 12% Stickstoff, davon 5% Ammonium-Stickstoff, der also sofort wirkt, sofort verfügbar ist. 4,5% umhüllter Harnstickstoff, der es Schwefel umhüllt. Und da wird über Wasser, über Osmose, wird der Stickstoff langsam aus den Körnern herausgeholt. Also eine Langzeitwirkung. Und dann haben wir noch 2,3% organischen Stickstoff. Also einen super Mischdünger. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der aussieht. Und dann werden wir den mal hier auf der ersten Fläche ausbringen. Das Tolle ist, dass Grashopper jetzt auch 6-Kilo-Pakete im Shop anbietet. Und nicht nur die 25-Kilo-Säcke, die die Profis natürlich brauchen. Also für kleine Flächen ist dann so ein 6-Kilo-Pakete super geeignet. So sieht der Dünger aus. Ein wirklich toller, relativ gleichmäßig granulierter Mischdünger. Ist jetzt nicht so ganz klein von der Korngröße, aber tatsächlich für eine normale Rasenfläche super geeignet. Ja, die empfohlene Streumenge. Der Hersteller empfiehlt immer eine ganz bestimmte Streumenge. Natürlich haben wir in unserem Düngerplan jetzt auch eine Streumenge angegeben. Hier drauf steht jetzt, na was steht da, empfohlene Streumenge, 20 bis 40 Gramm pro Quadratmeter. Und jetzt will ich mal gucken, so eine Handvoll, so eine Handvoll Dünger. Da, Handvoll Dünger. Zack, sind, oh, 67 Gramm. Das passt ja gar nicht. Was ist denn da mit einer Handvoll gemeint? Wir versuchen es nochmal. Ich dachte immer, so eine Handvoll sind 25 Gramm. So eine kleine Handvoll. Das sind 35. Okay, gut. Also das sind jetzt schon 35 Gramm pro Quadratmeter. Das ist genau die Menge, die ihr bei der ersten Düngung, wenn ihr unseren Düngerplan verwendet, auf einen Quadratmeter streuen solltet. Das ist nicht viel, ne? Guck mal, jetzt fasse ich das Zeug schon wieder mit Fingern an. Was ich eben toll finde, habe ich ja schon gesagt, das Zeug staubt praktisch überhaupt nicht. Und das finde ich schon mal richtig cool. Ja, also 35 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt, auf 100 Quadratmeter sind das dreieinhalb Kilo. So eine 6-Kilo-Box, die reicht so ungefähr für 200 Quadratmeter. Und dann ist das Zeug auch schon weg. So, jetzt ist es natürlich wichtig, den Streuwagen oder das Streugerät, das Handstreugerät, was auch immer, richtig einzustellen. Und das kann man natürlich jetzt einfach auf der Fläche machen, indem man sich einen gewissen Bereich, ich sage mal 10 Quadratmeter, irgendwo hier absteckt. Und dann für 10 Quadratmeter sind das, muss ich wieder aufpassen, 350 Gramm. 350 Gramm abwiegt und dann diese Fläche auf den 10 Quadratmetern verteilt mit dem Streuwagen. Und einfach so ein bisschen rumexperimentiert, wie passt denn jetzt eigentlich so die Streumenge, die da rausfliegt oder die da rausrieselt aus dem Streuwagen, auf meine Fläche. Und das ist natürlich immer so ein Trial and Error. Das ist natürlich nie genau und nie gut. Und deswegen empfehle ich euch was anderes. Und zwar nehmt ihr euch ein altes Bettlaken oder irgendein altes, großes, möglichst weißes Tuch. Und das schneidet ihr euch zurecht auf ein Meter mal zwei Meter. Und das mache ich jetzt. Das Schöne an so einem Tuch, ich habe es ja mal so in einer Plastikfolie gemacht, das Schöne an so einem Tuch ist, dass das besser liegt, nicht so leicht wegfliegt. Jetzt schneiden wir hier noch ein bisschen was ab. Die ganzen Hobby-Näheren schlagen uns wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. So, okay. Sehr schön. Das soll schon gewesen sein. Ungefähr genau. Jetzt kontrollieren wir nochmal. Ja, ein Meter, gut ein Meter und gut zwei Meter. Das passt doch. Das sind also zwei Quadratmeter, logischerweise. Und ich nehme jetzt tatsächlich hier auf meiner Asphaltfläche, nehme ich jetzt meinen Streuer und fahre damit über diese Fläche. Ich habe ihn hier auf 20 eingestellt. Jetzt haue ich da einfach Dünger rein. Schön gleichmäßig verteilen. Nicht zu viel. Boah. Muss ich ja wieder rauskriegen. Ich fahre an und streue die Menge ab. Und da fehlt noch eine Ecke. Okay. Das Gute ist, jetzt kann ich hier das Streugut wieder zusammenfegen. So sieht das da so aus. Mega. Jetzt nehme ich einfach dieses Tuch und passe ein bisschen auf, dass ich den ganzen Dünger hier zusammenkriege. So schön zusammen rollen. Das müssen tatsächlich jetzt, wenn ich 35 Gramm pro Quadratmeter streuen will, müssen das genau 300, ne 35 Gramm pro Quadratmeter. Ja, zwei sind 70 Gramm. 70 Gramm müssen das sein. Das ist nicht ganz so einfach, das Tuch da reinzukriegen. So. Okay, ungefähr genau. Und das sind 240 Gramm. Das ist viel zu viel. Das ist ja der Hammer. Ja, super. Toll. Also, 20 Gramm war viel zu viel. Leider war die SD-Karte voll. Also, ich hatte jetzt mit 15, mit Stellung 15, habe ich jetzt gestreut und dann ist mir das Tuch ausgekippt. Jetzt habe ich mir nochmal überlegt, natürlich ist es sinnvoll, möglichst zweimal über die Fläche zu fahren. Also, wenn ich jetzt 35 Gramm pro Quadratmeter habe, dann wäre es natürlich für zwei Quadratmeter optimal 35 Gramm auf dem Tuch liegen zu haben. Dann müsste ich zweimal über die ganze Fläche fahren und kann damit natürlich die Streufehler noch besser ausgleichen. Ich hatte ja bei Stellung 10 eben schon 27 Gramm. Jetzt bin ich auf Stellung 11 gegangen. Das habe ich leider nicht gefilmt. Und ich messe jetzt nochmal, habe auch schon gestreut. Ist ja auch langweilig. Und jetzt messe ich nochmal, wie viel Gramm jetzt die Stellung 11 ist. Es ist echt ein bisschen blöd, das Zeug hier reinzukriegen. Aber wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie man das besser machen könnte. Haut sind die Kommentare? Also 39 Gramm, das ist doch super. Das ist doch super. Also, der Plan ist jetzt tatsächlich Stellung 11. Da streue ich jetzt ungefähr 39 Gramm. 27 war Stellung 10. 39 Gramm ist Stellung 11. Okay. Wir können es nochmal wiederholen, um die Wiederholgenauigkeit nochmal anzuschauen. Ja, vielleicht nehme ich Stellung 10 und habe da ein bisschen weniger als zu viel. Was ich damit nur sagen will ist, das ist keine einfache Sache, die richtige Streumenge auf die Rasenfläche zu bringen. Und dazu gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Da gehört ein bisschen Aufwand dazu, wenn man es richtig machen will. Das habe ich jetzt am Beispiel hier des Katzenstreuers gemacht. Das kann man genauso mit dem Schleuderstreuer machen. Im Prinzip genau das Gleiche. Das Wichtigste ist natürlich, sich solche Einstellungen zu merken. Und dann natürlich mit dem gleichen Dünger mal zu arbeiten. Und dann passt das so halbwegs. Denn das macht schon was aus. Ob ich jetzt 20 oder 40 Gramm auf die Fläche streue pro Quadratmeter, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Okay, gut. Soweit jetzt das Video zum Thema Streuwagen. Streumengen bestimmen, richtig streuen. Also das Thema Überdeckung ist ganz wichtig. Das müsst ihr so ein bisschen gucken. Bei so einem Kastenstreuer kann es schnell mal sein, dass ihr so eine Bahn auslasst. Dann habt ihr so einen ganz hellbraunen Strich, weil da kein Dünger hingefallen ist. Der wirkt schon sehr gezielt. Der geht auch nicht so richtig in die Breite. Da sind tatsächlich solche Schleuderstreuer deutlich besser. Die verzeihen viel mehr. Ja, lieber Armfix. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zum Thema Streuer, Streuwagen, Düngerverteilung, Streumengen bestimmen. Ich hoffe, ihr macht es viel besser als ich. Es ist wirklich wichtig, möglichst gleichmäßig den Dünger auf die Rasenfläche zu verteilen und tatsächlich auch die Streumenge einzuhalten. Dann habt ihr am Ende auch dann die richtige Nährstoffverteilung übers Jahr. Wenn ihr selber eure Nährstoffverteilung planen wollt, dann empfehle ich euch unseren Jahresplaner, den ihr auf unserer Homepage herunterladen könnt. Da sind viele Dünger eingetragen. Diese Dünger könnt ihr dann in eine Tabelle eintragen. Und die Tabelle rechnet euch dann aus, wie viel Stickstoff, Phosphor und Kalium und auch noch die anderen Nährstoffe ihr übers Jahr auf eure Fläche streut. Dann müssen natürlich die Streumengen passen. Schaut gerne mal in unseren Shop. Da findet ihr unseren Jahresplaner und den Düngerplan und noch viele andere schöne Sachen. Ja, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das ist irre, ey. Du rennst und rennst und rennst über die Fläche. Oh, hier ist schon was gestreut. Gut. Und, ja, du siehst, es ist nicht schlecht, aber ganz ehrlich, wo war ich denn hier? Hier, ja, ihr lauft euch einen Wolf. Okay. Okay.